Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Schönefelsbrunnen-Map. Einen wunderschönen guten Abend für euch. So, wir sind in der ersten Folge der LS19 ist schon heraßen. Tut mir leid, damit in der letzten Zeit kein Video vom LS19 gekommen ist. Aber ich hole das für euch nach und ja, lasst uns loslegen. Und zwar, wir kaufen... und den hier mit dem da So Dann kaufen wir uns Felder noch So Da sind Kartoffeln drauf, das weiß ich. Dann lass uns mal einen Anhänger kaufen und einen Roder mieten. So Mods sind natürlich auch schon mit drin. Ich würde sagen, wir kaufen den hier Und natürlich einen schönen MP-Tag. Gibt's auch ab Montag, den 28. kommt, glaube ich, ein neuer zum Download. Ja, den werden wir dann auch anschauen. So, da muss ich nur noch kurz was umstellen. Und zwar automatisch Motorstadt aus. Zeit nehmen wir zurück. Spiel speichern. So Und los geht's So So, hab ich nur kurz meinen Controller hergeholt. Und zwar So 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 und dann mieten wir den hier rundum läuft natürlich an und ab geht die Luzi was haben wir denn das jetzt ja dann werden wir den hier aufs fähig stellen dann werden wir noch ein paar andere sachen kaufen und unseren hof gestalten dann zeige ich euch welche Mots ich drauf habe ja dann schauen wir weiter ich bin ja schon gespannt wann sie bekommt und ja die Luzi 2 2 2 2 3 4 5 und 5 6 10 7 6 7 8 So... Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der LS19 gefällt und wie ihr den Sound findet, das würde mich sehr interessieren. So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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 Äh, na, Kaufstelle. So. I have a wrong place here. So. Jetzt gehen wir noch weiter abfahren und dann wenden wir die Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nein, mit ins Feld. Ah, das ist doch besser. Pflanzenzerstörung kann man glaube ich ausmachen. So... So... Das war's. So. 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 Gut meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut das nächste Mal wieder vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.